Hallo Leute, heute ist wieder Freitag, es ist ein neues Video und heute möchte ich dir gerne ein Buch vorstellen, das habe ich hier liegen, das mir wirklich viel bedeutet hat und mir immer noch viel bedeutet. Es ist noch nicht lange her, wo ich es gelesen habe und ich habe wirklich schon viele Bücher gelesen, aber dieses Buch, das ist wirklich eines der besten, die ich jemals gelesen habe und deswegen möchte ich es dir vorstellen. Es ist von Joy Fielding, die Katze und dieses Buch ist richtig schön, worum geht es? Es geht um eine Journalistin für ein Klatschmagazin eigentlich, die schreibt da so, was sie so bewegt, was sie so in ihrem Leben so bewegt und sie bekommt auf einmal Post von einer Mörderin, die wegen dreifachen Mordes an Kindern im Gefängnis sitzt und zum Tode verurteilt ist. Und diese Frau, die bittet die Charlie Webb, das ist die Hauptfigur, die bittet sie, über sie ein Buch zu schreiben und sie ist erst am Überlegen und am Ende willigt sie ein und sie trifft sich dann immer wieder mit dieser Frau im Gefängnis und interviewt sie halt. Und das ist so schön geschrieben, so diese Dialoge zwischen den beiden und auch das Leben von der Charlie Webb. Ich finde das einfach so schön, weil ihre Mutter, also sie ist noch relativ, sie ist noch sehr jung, sie ist noch, sie ist gerade mal 24 Jahre alt und ihre Mutter, die ist 20 Jahre lang weg gewesen. Nee, stimmt gar nicht, sie ist 28 glaube ich, irgendwie so, aber auf jeden Fall noch keine 30. Und ihre Mutter, die hat sie verlassen, ist mit einer anderen Frau nach Australien ausgewandert und hat ihre Familie komplett zurückgelassen. Und Charlie war 8 Jahre zu dem Zeitpunkt, genau, die war 28 genau und hat noch einen jüngeren Bruder, der war zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt und der ist halt total abgestürzt. Ja, der ist Alkoholiker, der nimmt Drogen, der hat keine Arbeit und macht ihre Mutter, also seine Mutter dafür verantwortlich, dass sein Leben so läuft und er ist halt total wütend auf sie. Ja, und dann sagt er so, ja, die Charlie, die war halt mehr Mutter für mich, als du sie je warst und ich habe überhaupt keine Bindung zu dir, ich habe dich überhaupt nicht vermisst und so. Und er wirft dieser Frau, dieser Mutter übelst die Dinge an den Kopf und eines der schönsten Szenen in diesem ganzen Buch, wo ich wirklich schlucken musste, war, als die Mutter sagt, weißt du was, ich habe mich nicht richtig verhalten, aber hör auf, mich dafür verantwortlich zu machen, dass du nichts aus deinem Leben gemacht hast. Dass du nichts aus deinem Leben machst, denn du warst damals, warst du zwei Jahre alt, heute bist du 22 und für dein Leben selbst verantwortlich. Und dann hat sie gesagt, solange du die Probleme mit mir nicht aus der Welt schaffst, wirst du deine Drogenprobleme, deine Alkoholprobleme nicht in den Griff bekommen. Und ich finde das so schön geschrieben, wirklich ohne Scheiß. Und dann habe ich mal nachgedacht und dann ist mir mal so gekommen, hey, wenn wir irgendwie abhängig sind von Drogen oder irgendwas, dann ist das nicht das Problem, denn es hat immer einen Grund, warum wir abhängig werden. Und das müssen wir lösen. Und das hat sie damit richtig gut auf den Punkt gebracht, dass nicht die Sucht das Problem ist, sondern der Grund, warum wir süchtig werden. Ja, und bei der Charlie ist es auch was richtig Schönes, denn sie hat zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen von zwei Vätern, wo sie getrennt lebt. Und sie hat dann so total lustig, hat sie das so geschrieben, wie die Kinder zustande gekommen sind. Weil bei dem einen so, da war irgendwie eine Baustelle und dann hat sie so den Bauarbeiter, hat sie so nach einem Glas Limonade gefragt, ob er denn was möchte. Und dann hat sie so geschrieben, ja, der Bauarbeiter, der hatte neben dem leeren Limonadenglas, hatte er ja auch noch ein Kind da gelassen. Also die hatten halt dann wieder so einen One-Night-Stand halt. Und beim anderen, da hat sie sich einen Laptop gekauft in einem Elektrogeschäft und dann hat sie so gemeint, ja, sie hat nicht nur mit dem Laptop den Laden verlassen, sondern gleich mit dem Verkäufer. Und hat dann mit dem halt auch, und die lebten halt dann getrennt. Warum? Warum ist das so ganz einfach? Weil die Charlie Angst davor hat, verlassen zu werden. Viele Menschen, die mal verlassen wurden und die einfach Angst davor haben, verlassen zu werden, tun sich sehr, sehr schwer, eine Bindung einzugehen mit einer Person. Oder die Angst davor haben vor Zurückweisung, die wirklich, die haben dann Angst davor, ja, sich in eine Situation zu begeben, in der sie zurückgewiesen werden könnten. Und das sind so diese zwischenmenschlichen Blockaden, diese Konflikte, die wir mit uns rumtragen. Und ich finde, die Joy Fielding hat das in dieser Geschichte, hat sie das richtig schön einfach so auf den Punkt gebracht, wie wir uns manipulieren, wie wir uns selber blockieren und wie wir unser Glück, ja, wie wir unser Glück einfach blockieren, ja. Durch solche Ängste halt. Und deswegen ist dieses Buch so ein schönes Buch, wirklich, dieses Buch ist wahnsinnig toll. Und ich möchte dir dieses Buch wirklich ans Herz legen. Ich habe auch Blind Date, das habe ich gelesen, das war auch so. Und ich finde, Joy Fielding ist für mich eine Autorin, die unglaublich gut darin ist, Figuren so schön zu gestalten. Man lebt dieses Leben der Figuren mit. Und ich habe, als ich dieses Buch gelesen habe, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich bin letztens da gesessen und hatte selber ein Problem. Und dann habe ich mich so gefragt, was würde, was würde die Charlie Webb jetzt tun? Und das, wenn dir, wenn dir sowas passiert, wenn du, wenn, wenn, wenn sich Figuren, gar nicht wie Figuren anfühlen, sondern wie reale Personen, dann hat der Autor was richtig gut gemacht. Und ja, dieses Buch ist in meinen Augen ein kleines Meisterwerk. Und ja, es ist, wie gesagt, ja, wenn dir das Buch gefällt, ich tu dir den Link unten rein, dann kannst du es dir anschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, gib mir gerne mal in den Kommentaren Bescheid, ob du dieses Buch kennst, ob du es gelesen hast, ob du es dir holen möchtest, ob es interessant für dich klingt. Gib dem Video einen Daumen hoch und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich tu dir auch den Link zu meinen Büchern rein, schau dich da gerne um. Ich tu dir den Link zu meinem Newsletter rein, dann kriegst du eine Geschichte von mir geschenkt, die du gleich zugeschickt bekommst. Dann kannst du gleich mit dem Lesen anfangen und du bekommst ein bis zwei Mal pro Monat von mir einfach eine E-Mail. Und wo du einfach über mich, über meine Neuigkeiten informiert wirst, wo du über Preisaktionen von E-Books oder so erfährst. Wenn du da Bock drauf hast und mich unterstützen willst, dann trag dich gerne ein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ciao. Ciao.